Stickies Und Steinchen Jetzt hab ich hier einen Platz mehr für Steine Ah, ich hab den Werwolf-Typen gefunden Der hat sich ja verklemmt, der Junge, komm her Vielleicht ist er verklemmt Ja, ich baue mal hier das Loch zu Kommt er auch noch mal rein Oh, der arme Werwolf Nee, nee, ich könnte die nicht alle durchlassen Ja, gut, du hast ja recht Das könnte mal ausatmen Frau Holle Was, Frau Holle? Nee, na Holle Ach, na Holle Wie mach ich denn das? Ich hab hier keine Ahnung, wie ich das mache Ja, das ist... Zum Kotzen ist das, ja? Ist gut, das ist gut Schlimmer, wenn du wüsstest, was du da tust Eins, zwei, drei, vier Alles klar Jetzt muss ich das bloß noch da hin machen Jetzt muss ich das bloß noch da hin kriegen Wie mach ich das? Wie mach ich das? Am besten Aber wie? Ich muss mich gucken, ob wir noch ne Bergbox hätten Wenn nie, würde das bisschen laug aussehen Warum? Hm, weil das so weit ist Warum? Den könnte man verwenden Da könnte man wenigstens das machen Ja, das könnte, das könnte klappen Hallo Was, Frau Holle? Ich sagte Hallo 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 Ruhe Du, ich schweige Das ist schön Das ist schön Und dann dort, oder? Ja Wie krieg ich dort die Strömlinge drauf Transportieren In der Hand Was soll denn das? Scheiße, ich brauch da die Eisenrohre Hau ab, Claudieb Hau ab, Claudieb Hau ab, Claudieb Hau ab, Claudieb Eisende Transportrohre Geh weg Geh weg Gib ich die Sonne Okay Wie war das? Wie war das? Ja, wie war das? Überall, wo zu ist, kommt nix durch? Wahrscheinlich 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 Alles klar Dann passt das ja Ah, wie soll denn Ah, Holz holen Da 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 Ach, ich bin voll Ach nee Da 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 Ich seh kein Enderman Oh nein, ich hab angeguckt Auch immer geht das Guck nochmal an Und dann Und dann Und dann bohren in der Nase Okay Ich probier's Er lächelt Es gefiel ihm Ist ne gutes Zeichen, oder? So, mal mach ich das Du bist Du hast einen Freund gewonnen Herzlichen Glückwunsch Aber ob er das auch will Äh, reichen mir ja schon die, die ich hier habe Diese Pappnasen Wollte nach sein Slenderman Slenderman, aha Ja, mir sagt noch Zwei Mal den Namen, komm Wie komm ich jetzt hier raus? Vorrat, ich will Wollen wir aber schön zugebaut? Schon wieder, oder was? Es wird schon wieder dunkel Alles Pussys Es wird schon wieder dunkel Alles Pussys Alles Pussys Wir nehmen mir ne Pussy noch und Zerfrooooh Warum soll ich da froh sein? Zerfrooh Warum soll ich da froh sein, Dirk? Sag mir das Ach Dirk Ach Dirk Du bist mir schon ne Pappnase Ich hab ein Fingernägel mir abgebrochen Ich kann jetzt nur mal spielen mit Pause drücken Ach Mensch, ich werd's jetzt nie, wie ich das hier mache, dass das äh zusammenläuft Ach Dirk Ach Dirk Ach Dirk Du bist mir schon ne Pappnase Ich muss das noch eins tiefer machen So Ach Dirk Ach Dirk Alter, Sven wieder wollte assistieren, was? Was wollte ich? Oh! Wann los? Warte, der Dirk Was war das? Warte, der Dirk Läuft das so? Warte mal Ich schmeiß mich mal jetzt hier auf ein Nein Hier läuft ja schon was runter Ja Was machst du für ne Scheiße? Du hast Besuch, weißt du das? Wer? Wo? Du? So hinter dir? Ich weiß Seid ihr schon Freunde? Ja, das ist der mit dem großen dünnen Finger Dirk hinten auch, persönlich Das ist cool Innerlich Das tut große Vergnügen dabei Innerlich auch noch Hier kommt doch gar nix an, du Sven Na klar, ich hab jetzt schnell was hingestellt Damit was oben Das was runterfällt Hier reinfällt Hier kommt doch nichts Warte, da müssen wir hier oben nochmal gucken Und die das hängen bleibt mit oben Ach, die ist schon drin So, jetzt müssen sie... Ah, ne Iron Flöße Ich glaub der falsche, oder? Wir brauchen richtigen Elektroofen Iron Purnace? Ja Der mit Holz Äh, und wenns geht Sven Ah, warte mal Sven, wenns geht Ehm, allen dazwischen Platz lassen Wieso? Unten wieder abpumpen, dachte ich Ne, nicht unten, an der Seite Ich glaub man kann auch unten abpumpen Nein, eben nicht Komm mal her Komm mal rein, komm mal her Dreh dich mal um, bitte Du, klicke mal an mit Rechtsklick, du siehst doch Ja, aber trotzdem Ich denke mal, das wird schon gehen Nein, du musst Du kannst da raussaugen, wo es hinkommt Oben kommt rein Ja Unten Kommt die Kohle rein Und von der Und von der Seite tust du dann raussaugen Ich geb dir mal die Motoren, die letzten Ich geb dir die letzten Motoren Habe ich, habe ich hingeschmissen und ähm Hier kriegst du eine Red Storm Fackeln Ja, ich muss jetzt erstmal hier diesen Wer hat denn den Stein hier hingestellt? Sven Warte mal Kann sein, als ich den Stein zu viel gemacht habe So, was muss ich mal gucken Mitten aufs Rohr oder was? Kann passieren Matti, bist du im Lager? Ja, mein großer schwarzer Freund auch Ne, bau mir mal eine normale Kiste Warte mal, die Steine kannst du mal wegmachen Ne, normale Kiste willst du haben? Ja, und Trichter, wenns geht Hab ich keinen Wie geht denn der? Warte mal, muss ich mal gucken Tu mal den Sand auch schon mal mit hier verwerten Den ich dir hier rein Ne, dann tu mal Ne, dann mach mal Mehr Platz ist nie Also Trichter, 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 hast du fast vergessen Jetzt kannst du Dirk, kannst du wieder rein tun? Ne, normale Truhe oben Warte ab Ich entleere erstmal kurz Achso, erstmal rein tun oder was alles? Ja, ja Also Das, 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 das Die normale Truhe sagt da Kannst du das fahren und das fahren Okay, wir brauchen ein Kupferkabel Sven, hast du Langeweile? Ne Der schwarze Mann will abgeschossen werden Hast du deine Naja, ich hab jetzt, ich hab die Faxen dicker rum mit denen Lass dich in Ruhe Ey, der wird explodiert hier da waren Wer zählt? Der ist weggerannt Wer will mich töten? Wer was zählt? Wie zählt? Wo ist der? Ich habe gespannt Ich auch Der ist draußen irgendwo Der ist wütend Ich stelle mich in die Ecke Ich stelle mich in die Ecke Wo ist der Drecksack? Ich würde mich draußen festhängen Dirk, können wir? Was denn? Ja, können wir oder nicht? Wie, schlafen oder was? Nein! Also eine normale Kiste, weiter Scheiße Der Werwolf hat mich entdeckt Und ich habe keine Goldschwerte Und so Ich bin in der Contain-Form Ne normale Kiste Ich bin klar weg Was will ich jetzt eh sagen Gern normale Kiste, oben Äh Äh Mit dem Steinzahnrad Eisen, 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 Eisen Das würde ich aus dem Kopf jetzt machen Hast du Pech Gut, jetzt Kiste oben mit dem Steinzahnrad Und dringst herum Und dringst herum Was nochmal? Oben eine Truhe Steinzahnrad Steinzahnrad In der Mitte Und dringst herum Eisenbahn Außer unten Links und rechts Aha Ah ja Warum denn das jetzt? Warte mal Oben eine Truhe sagst du ja? Ja in der Mitte ein Steinzahnrad Steinzahnrad Transportrohr Transportrohr Transwasser Tanks Zahnräder Zwei? Eins Ein Steinzahnrad Ein Steinzahnrad Das machen wir gleich mal Pflasterstein? Ne brauchst Äh Ja brauchst ja viel Steinzahnrad Aber ich brauch bloß nur Eisenbahn Fünf Stück brauchst du dann dazu Ahhhh So wollen wir's hoffen Funktioniert Das willst du jetzt haben? Ja das ist der Trichter wo ich das Wo die Kakteen rein müssen Hast du Ja aber ich muss jetzt aufpassen Es ist immer ein Wehrwollfeld Scheiß auf die Wehrwölfe Zeige keine Angst Dirk Sei ein Mann Uhhh Sei ein Mal im Leben ein Mann Toll wie geht denn das? Sei ein Mal im Leben ein Mann Wie geht das? Schön Sei ein Angst Ich hasse Köder Marti töte die Komm jetzt hier Vielleicht komm ich für dich Das fällt aus Ach Scheine Komm musst du auch nicht gleich erst Stein an das Transportrohr Fels an das Transportrohr Was denn du? Mir geht nen Trichter Wie nutzt man nen Trichter? Ja stellst du einfach auch mit Vor dem Rohr Unten das Produkt wo es lang soll Ne ich will ja das anders machen Das Wasserloof Dirk 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 Muss ich die Kakteen brennen? Ja wenn du dieses Braus für die Dings musstest Gut Jaja ist ja gut Ich hab sie Ich tue sie abbrennen Gerade für dich Aber es läuft noch nicht richtig Mit dem Wasser Ich muss mal gucken Ich muss das anders bauen Ends tiefer glaube ich Wie es aussieht Zven Zven Boah wie das heult Zven Das ist falsch hier drinnen Die Ärzte sind falsch Die kommen auf die anderen Seite Die kommen auf die anderen Seite Die kommen auf die anderen Seite Die kommen auf die anderen Seite